jo leute was geht mein name ist dort wir kommen hier bei frog it all pro und ja leute wir sind hier so ganz schön vorbeigefahren dann haben wir eine maus gefunden die war irgendwie tot philip hat das stopp genommen an ihrem mund getan und danach war das blut und jetzt fahrt philip und will die beerdigen ja und keine ahnung wo er hin will ich verfolge ihn mal gerade also leute wir sind mit dem fahrrad halt philip die fährt gleich runter leute lorik hat mir so ein bild geschickt ne video er schickt mir so ein video da sagst du ein typ so ich zeig euch die maus noch mal wenn wir angekommen sind bei der beerdigung keine ahnung wohin viele fahren möcht aber auch egal leute zieht euch mal in diese geile straße rein ferien endlich leute wie noch mal gesagt morgen also ich filme euch noch mal in also im flugzeug und so ich melde mich im flugzeug also ich fang an wo wir im taxi sind und danach mache ich die kamera aus und melde ich mich wieder im flugzeug also ich will mich schon die ganze zeit mal so versteckt die kamera ok lieber nicht weil die kontrollieren ja uns da mache ich die kamera aus und danach sehen wir uns halt wieder im flugzeug lass sie hier hin und danach das drauf machen leute ich zeig euch noch mal die maus ja ok leute wir beerdigen sie jetzt jetzt kommt noch dieser schöne stein hier drauf ja leute miese zeiten also woher fahren wir jetzt nach wie soll die uns finden die wissen ja nicht mal wo wir wohnen ja und okay ich weiß dass die wissen dass wir in stuttgart wohnen ja leute die kommen ähnlich vorbei kein bock auf euch ok wenn ihr vorbeikommen ich gebe euch nur ein autogramm und danach fertig okay fertig dann leute heute ist so ein schönes zettel viele fertig über steine die fahre aufgang 1 leute ich kann gerade jetzt nicht so viel reden ich filme und fahre bei wem ach so ja ich will mitkommen leute volle blüge der zwei lügner er hat eigentlich nur eine nicht an der search aber sagt er hat eine fortnight wisst ihr was erst so noch mal mehr ps4 zocken er macht dann so aber leute ich fahr schon mal hoch gleich ich rede jetzt nicht lasst ps4 spielen ich tue noch so damit philipp nicht mitbekommt dass ich es euch gesagt habe das war so knapp leute das video kommt mindestens auf 15 minuten keinen bock länger zu machen leute morgen versuche ich eine fußball challenge zu machen weil ich gehe morgen ja erst um 0 uhr deswegen mache ich noch eine fußball challenge ich gegen lorik bei lorik nicht leisten mache ich gegen philip und es gibt eine harte bestrafung und leute philip kriegt seine strafe noch wartet einfach ab leute ich kann gerade nicht reden sorry ok die kamera wackelt voll viel aber ist euch egal oder alle wir haben die mosse kam ja domine guck mal was ich hier hab philip hat mich gelassen was denn ich geh nicht mehr hey was hey wir bauen doch ein pool auf oder oder ja ja leute leute wir gehen jetzt zu philip spielen ps4 und danach philip hat mir erzählt dass er eine richtig geile höhle gebaut hat habe ich selber noch nicht gesehen dann wird eine überraschung für euch sein und für mich sein aber lass lieber nintendo spielen keinen bock leute ich habe euch gesagt philip hat gelungen und er hat keine ps4 was denn was denn doch doch ich war unten und hab denen erzählt dass er keine ps4 hat was denn und ich hab's so gemacht ps4 hehehe leute das video kommt mindestens so 15 minuten ich versuche dass das video heute online kommt weil das dauert acht bis sieben stunden bis ein video online kommt das dauert voll lange kann ich meine schuhe hier aufsehen in die hülle ich werde hier sehen oh mein gott ist die baba Leute achte da ist ein kopf sorry dass ich stinkefinger kann hol deine nintendo switch warte wer ist das guten tor kommst du ronnie bei normen hier spielt aber kein nintendo switch nur ich und nur ich und philipp gehen in die höhle holt dann doch wir spielen nintendo ich bin wir auf fernsehen oder in der höhle doch wie wir dürfen nicht dann ernst leute da mache ich eine kleine rundtour oben mache ich nicht doch ich mache ich du machst keine rundtour leute das ist die küche warum das ist die küche heute das ist die schöne höhle da was philipp mir erzählt hat und leute er hat keine ps4 er hat gelogen okay ohne ernst jetzt hat keine ps4 er hat nur eine nintendo switch wo ist der eingang abgelacht verpiss dich geh weg wo ist der wo ist der kack anderen nein dominik philipp hat gesagt du darfst nicht rein ist auch nicht sein würde ich habe mitgemacht philipp ist das der eindruck ich glaube hier ist der eindruck wie dunkel habt ihr ein licht oder so hier ist der spielraum und letztes mal habe ich auch nicht dran gehalten ich finde das nicht gut geht bitte auf den spielplatz geht woanders hin heute wollte ich mal dass keine kinder herkommen okay 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 komm komm da nicht Florian hallo Philipp lass deinen gehen hi Philipp lass deinen gehen wir müssen gehen ja komm Philipp Was ist das? Geil, Leute. Philipp, kriege ich die Smarties? Äh, wie heißt das? Papa. Ja? Junge, wir haben zu Hause Smarties. Also holt ihr euch. Hä? Ja! Mama hat gestern gekauft. Mann, wo geht das? Komm hier. Ich hab die nur gekauft. Wir haben keine mehr zu Hause. Leute, wir haben uns Snacks geholt. Kein Bock auf Haribo. Philipp, doch mal etwas. Aber wir suchen uns einen schönen Platz auf, damit wir schön snacken können. Leute, morgen kommt ein Wasserbomben Video. Dort schmeißen wir Wasserbomben vom Dorf. In echt ist das hoch. So sieht das nicht hoch aus. Hier runter. Leute, ich zeig euch mal, wie hoch das ist, okay? Ich geh kurz hoch. Ah, wie gesagt, das ist der Ballkopf von denen. Haben die neu. Das ist der Philipp sein Zimmer, dieser kleine Ballkopf. Leute. Das ist so hoch. Das ist so hoch. Guckt mal, wie klein Philipp ist. Das ist schon hoch, oder? Und Leute, dieser Audi gehört auch Philipp. Ohne Ernst. Ich lüge nicht. Ich schwör auf Gott. Ich lüge nicht. Gell, Leute? Die so hoch. Und das ist Philipp sein Auto. Juckt mich nicht, wenn ich nur mal schön gesagt habe. Nicht mein Auto, dein Auto. Und Leute, das ist die Gerade. Da passen mindestens drei Autos. Drei Autos. Vier. Okay, Leute. An der Stelle würde ich das heutige Video beenden. Bis morgen. Peace.